Vor einem halben Jahr habe ich Emily kennengelernt. Sie leidet unter Zwangsstörungen, seit sie ungefähr zehn Jahre alt ist. Wenn ich dann einmal geguckt habe, der Herd ist eigentlich aus, dann ist das für mich in Ordnung. Für mich eben nicht. Das Einmal reicht da lange nicht. 20 bis 50 Mal ungefähr. Dann ging es mir so schlecht, dass ich auch in eine richtige Depression gefallen bin. Aus Therapiezwerken hat sie sich Elektroden ins Gehirn implantieren lassen. Jetzt ist für Emily der große Moment gekommen. Denn gleich beginnt ihre Hirn-OP. Die tiefe Hirn-Stimulation. Heute ist ein großer Tag für Sie, denn heute werden diese Elektroden aktiviert. Und ich bin total gespannt, ob ihr das hilft. Wir gehen jetzt erst mal nur mit der Stimulationsstärke hoch. Sorry, Alter. Ey, das ist unfassbar. Schön, dich wiederzusehen. Mich freut's auch. Ist lang her, ne? Ja, ist lange her. Und das letzte Mal hattest du sehr lange Haare. Ja. Und jetzt einen schönen Sommerschnitt. Sag mal, wie ist das denn so verheilt? Darf ich mal irgendwie schauen? Ja, natürlich. Ist das so ... Okay. Ist ja eigentlich sehr gut verheilt, oder? Ich würde jetzt sagen so, wenn du das so im Spiegel siehst, bist du zufrieden? Ja, also ich bin echt zufrieden, weil das sieht sogar sehr ästhetisch aus. Also, der Professor Dr. Schleyer, der Neurochirurg, hat sich schon Gedanken darüber gemacht, dass, wenn die Haare dann wieder anfangen zu wachsen, dass das dann über die Narben fällt und so. Ich finde, es sah auch nach der Operation nicht so schlimm aus. Ich hab ja eins, zwei, drei Narben. Da hinten ist ja noch eine. Stimmt. Und hast du sonst irgendwas nach der OP gespürt? Hast du so das Gefühl, da hat sich was verändert irgendwie? Mhm. Also, erst mal zu dem Thema Schmerzen. Die hatte ich nämlich keine. Ich hab ja hier auch eine Narbe unter dem Brustbein. Die hab ich ein bisschen gemerkt, wenn ich meinen Kopf bewegt hab, ja auch die am Schädel. Und da steckt ja jetzt was drin, ne? So ein kleiner Apparat. Genau, das ist der Generator. Der Generator. Und spürst du den? Ja, den spürt man tatsächlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Haut so ein bisschen spanne und dann hier drüber taste, dann kann ich auch die Kanten merken und so. Darf ich da einmal drauf fühlen? Ja, klar. Und fühlt man da wirklich dieses Gerät? Ah ja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Ja, ich spür so ein ... Du kannst ruhig fester drücken. Ja, das ist so eine Platte, ne? Ja, da spürt man auch die Kanten und so. Ja, interessant. Das tut auch nicht weh, also alles gut. Das ist schon so ein Fremdkörper in einem. Das ist krass, ne? Ist das hier das Kabel? Ja, genau. Du kannst ruhig mal mit dem Finger so entlang gehen. Ach, interessant. Ah ja, stimmt. Irgendwann verliert es sich immer im Körper. Hier spürt man es noch ganz deutlich. Und dann weiß man irgendwann nicht mehr, ob es eine Ader ist oder ein Kabel. Ja. Ah. Das Kuriose ist, dass ich halt nach der Operation die ersten Tage tatsächlich schon einen positiven Effekt gespürt habe. Echt? Wegen der ... Ja, genau. Es wurde ja einmalig aktiviert, um zu sehen, ob alles richtig verkabelt ist. Und da hast du schon was gespürt? Genau. Ich war sehr gesprächig und sehr positiv gestimmt, auf jeden Fall. Also hat dir das Hoffnung gemacht? Das hat mir schon sehr Hoffnung gemacht, aber ... Natürlich habe ich auch Angst, um ehrlich zu sein, dass nicht dieser Effekt wieder auftreten wird. Mhm. Ich habe schon gemischte Gefühle. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass ich geheilt werde. Ich gehe davon aus, dass sich mein psychischer Zustand verbessert. Mhm. Das ist mir schon einiges wert, weil wenn ich merke, so kleinere Zwänge oder kleinere Angewohnheiten etc. werden besser, dann gibt mir das auch Motivation. Und wenn es mir dann ja gleichzeitig besser geht, auch von der Laune, dann ... das ist wie so ein positiver Kreislauf. Dann wird ja alles automatisch besser. Alle um dich herum arbeiten, studieren, aber du bleibst an derselben Stelle. Dann kommt man auch langsam in das Alter, ne? Wo man dann vielleicht auch an Liebe denkt. Oder an eine Beziehung denkt. Und alles, was halt eben zum Leben dazugehört. Und mich macht es natürlich traurig, dass ich da nicht mitziehen kann. Die einzige Angst, die ich natürlich habe, ist auch eine begründete Angst. Weil es kann natürlich gut sein, dass ... das gar nichts bewirkt. Mhm. Was ist deine Erwartung oder deine Hoffnung jetzt an dieses Einstellen der Elektroden? Dass es viel besser wird? Hast du da irgendwie für dich so ein ... irgendwie so ein Ziel? Also, es wird ja nicht von null auf hundert gleich aufgedreht und ich ... bin geheilt, ne? Ja. Keine Chance. Also, sehe ich auch so. Damit habe ich mich auch abgefunden. Wir machen das alles so Step by Step. Der Strom wird erst mal ... nicht minimal, aber erst mal langsam hochgeschalten. Man muss halt gucken, wie mein Gehirn oder wie ... ich darauf reagiere. Ja, das regt mich grad schon zum Nachdenken so an. Was genau? Ja, einfach, was später passieren wird. So eine gewisse Zukunftsangst. Mhm. Man weiß nie, wie es kommt. Wir begleiten Emily ja schon ziemlich lange. Und das machen wir häufiger, dass wir Menschen über eine längere Strecke begleiten. Wenn ihr an solchen Geschichten dranbleiben wollt, dann lasst uns doch mal hier unten ein Abo da. Hallo. Hallo. Schauen wir das einfach mal an. Gerne. Alles gut? Irgendwie war ich vorhin aufgeregt, aber jetzt ist es soweit und jetzt geht's. Schauen wir mal, was passiert. Kann sein, dass sie sehr viel spüren. Es gibt Patienten, die durchaus auch mal Gefühle haben wie ... Angst und Panik tatsächlich. Das kann passieren. Das liegt daran, dass in diesem Kerngebiet ... sehr viel auf sehr kleinem Raum passiert. Es kann auch sein, dass sie ... eher ein Euphoriegefühl verspüren. Es kann sein, dass sie gar nichts spüren. Emily, wie geht's dir denn jetzt grade? Weil das ist ja jetzt sozusagen gleich der Moment, in dem das erste Mal diese Elektroden aktiviert sind. Ist grad so ein bisschen wie in so einer Starre, also so ein bisschen Freezed. Aber ... Ja, ich lass es jetzt auf mich zukommen. Dann können wir auch anfangen zu gucken, was ist denn mit den Zwängen. Wie können diese Elektroden im Gehirn jetzt Emily mit ihren Zwangsgedanken helfen? Eine mögliche Theorie ist, dass wir halt einen Störsender implantieren. Also da, wo so kreisende Vorgänge im Hirn stattfinden. Und das sind halt diese Zwangshandlungen. Und was wir tun, wir geben da so einen gewissen Störsender rein, dass dieser Kreislauf unterbrochen wird letzten Endes. Und da kommt die Elektrode am Ende? Ganz genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie davon profitiert, ist 50 Prozent. Und wenn sie davon profitiert, macht es die Krankheit 50 Prozent besser. Das muss auf den Generator zum Verbinden. Geht das über das T-Shirt? Ja, das geht übers ... Ja, ja, das geht übers T-Shirt. Genau. Jetzt mach ich einmal ... Mess ich sozusagen die Widerstände im Gewebe einmal kurz durch. Kann sein, dass sie da auch schon was merken. Schauen wir uns jetzt mal. Das hab ich gespürt, ja. Was hast du da gespürt? So ein bisschen kribbeln. Mhm. So. Wo denn? Im ... Kopf? Nee, so generell. Also, das kann ich gar nicht lokalisieren, irgendwie. Okay. Interessant. Vier Einstellungen könnte ich theoretisch programmieren. Wir fangen jetzt heute mal an mit einer. Ja? Okay. Okay. Gut. Genau. Also, das ist sozusagen, ich zeig's einmal, die Elektrode in ganz, ganz groß. Ja. Ja? Und die hat vier Kontakte. Ja. Und ich kann sozusagen einen Kontakt nach dem anderen aktivieren. Machen wir einfach mal. Okay. Wir gehen jetzt erst mal nur mit der Stimulationsstärke hoch. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal auf zwei. Ach so, das fährt ganz langsam hoch. Das fährt ganz, ganz langsam hoch. Ach so. Deswegen ist es für manche Patienten, wenn es dann in höhere Stimulationsstärken geht, so wie Liftfahren. Die sagen, es ist wie, wenn man ganz schnell mit dem Lift fährt. Ja? Aber nicht bei allen. Hm. Wenn du jetzt dran denkst, dass das heute sehr positiv ausgeht und auch in den nächsten Wochen sehr positiv für dich läuft, was wären dann so Dinge, die du dir total wünschst für deine Zukunft, die du unbedingt machen willst? Ich will auf jeden Fall, wenn es mir besser geht, beziehungsweise wenn ich stabil bin, endlich mal eine Ausbildung anfangen. Ich brauch dann auch einen geregelten Tagesablauf, Routine, ne? So. Ja, aber wenn das dann der Fall ist, wovon ich hoffentlich ausgehe, ist, ja, dann will ich schon was Soziales machen oder auch so in dem medizinischen Bereich. Ist das auch einer deiner Pläne, auszuziehen von zu Hause? Hm, ja, schon. Ich hab so ein tolles Verhältnis zu meinen Eltern. Ich bin so dankbar, dass die das alles mit mir durchgestanden haben, was die alles für mich gemacht haben. Aber man will halt in irgendeiner Hinsicht schon irgendwann selbstständiger werden. Ich will auf jeden Fall drauf hinarbeiten. Wie wär das denn bei euch, wenn ihr lange Zeit eingeschränkt gewesen wärt und hättet jetzt irgendwie eure Freiheit zurückbekommen? Was wär das allererste, was ihr machen wollen würdet? Schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare. Wie fühlt sich das an? Hm, als ob tatsächlich, als ob der Körper so ein bisschen hochgefahren wird. Also, kann man so damit vergleichen. Keine Angstgefühle, keine Panik. Nee. Dann gehen wir gleich noch mal ein bisschen hoch. Auf wie viel ist das jetzt? Das ist jetzt bei drei Volt. Mhm. Ist ganz angenehm. Ist ganz angenehm? Ja. Gut. Wir waren jetzt auf der linken Elektrode, jetzt gehen wir mal auf die rechte, weitergehen sozusagen auf dieselbe Stimulationsstärke. Und dann schauen wir einfach, wie es Ihnen damit geht. Im Zweifel können wir auch noch ein bisschen höher gehen. Okay. Merken Sie irgendwas, oder? Ja, dass es mehr wird. Ich weiß nicht, ob das schon jemand mal gebracht hat, aber ich mein das komplett ernst, was ich gleich sage, ne? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Mhm. Ich fühl mich richtig entspannt gerade. Unter uns ist ... Ich fühl mich ein bisschen high, um ehrlich zu sein. Mhm. Das kann sein. Also, ich mein das jetzt komplett ernst, ne? Das fühlt sich echt so an. Boah, das hätt ich nicht erwartet, ey. Wie geht's Ihnen denn damit? Mir geht's ... Also, wirklich, das fühlt sich ... Das fühlt sich gut an, weil ich bin irgendwie ganz stark davon ausgegangen, dass ich erst mal nichts ... Also, gar nichts bis gering was fühle. Mhm. Dass ich so was fühle, was ich gerade fühle, hab ich nicht gedacht. Ohne Witz. Okay. Wenn meine Augen jetzt ein bisschen nass werden, dann sind es nur Freude und Tränen. Nur, dass sie das wüssten, ey. Ich kann das total gut verstehen. Du merkst gerade einen Unterschied. Und es war ein langer Weg irgendwie. Jetzt hast du das Gefühl, es verändert sich gerade was. Ich kann das total gut verstehen, dass du emotional bist. Wäre ich auch, ganz ehrlich. Passiert jetzt gerade was in dir? Ich geh gerade so ein bisschen meinen Weg nach, so was ich alles so ... Ich hab so viel Scheiße erlebt. Ich war dem Tod so nah, jetzt ohne Witz, ne? Boah, das hat sich einfach alles gelohnt. Das ist natürlich ... ... schon auch für uns ein schönes Gefühl. Das Ding ist, ich bin ja wirklich seit Jahren auch körperlich, nicht nur psychisch angespannt, ich bin körperlich angespannt. Und das sind auch teilweise Schmerzen durch diese Anspannung. Und wenn die sich so ... Ich hab gemerkt, wie die sich so minimal lösen. Das ist richtig schön. Mhm. Und ich glaub auch, dass ich das verdient hab. So wissen Sie, wie ich mein? Mhm. Dann lassen wir die Einstellungen mal so. Und dann dürfen Sie es mit Ihrem Handy mal verbinden. Ja? Wenn wir mehr Einstellungen programmieren, dann können Sie quasi selbstständig immer hin und her schalten. Mhm. Es gibt z.B. Patienten, die eine Einstellung haben zum Schlafen. Wenn sie zum Arbeiten gehen, eine Einstellung für ... ... vorm Fernseher, sag ich jetzt mal. Und vielleicht auch noch eine für so Hochstress ... ... Situationen z.B. Es gibt aber auch Patienten, die haben nur eine Einstellung. Und ... sind damit sozusagen ... ähm ... ja, ganz gut versorgt. Jetzt bin ich gespannt, was da noch alles so losgetreten wird. Für deine Zwangsstörung. Ich hab halt im Moment den Zwangsgedanken, dass es meinen Eltern nicht gut geht, dass sie streiten können. Dass denen was passieren könnte. Und so weiter. Gibt's da für irgendeine Begründung im Moment? Nein, außer, dass sie halt weg sind und ich nicht weiß und nicht kontrollieren kann, was sie machen. Mhm. Das heißt, wie reagierst du in solchen Momenten auf deine Gedanken? Ich ... ... tue in der Regel meine Eltern kontaktieren. Hoffentlich geht sie dran. Was wäre, wenn sie nicht drangeht? Ja, das wäre scheiße. Weil ... ... dann würde ich es wahrscheinlich so oft probieren, bis sie drangeht. Hallo? Hey, Mama. Hi. Ich wollte dich mal fragen, ob alles gut ist. Hast du jetzt gerade das Gefühl, dass irgendwas passieren könnte, dass was mit deinen Eltern ist oder so? Alles, was du mir beschrieben hast? Ich hab gerade tatsächlich nur meinen Eltern gedacht, dass ich mich darauf freue, sie anzurufen und zu erzählen, was mir gerade passiert. Ich hab grad so Musik im Kopf. Ähm ... Also, so ne ... So ein Zitat. You ease my mind. Also, wissen Sie, was ich mein? Mhm. Mhm. Das fühlt sich grad ein bisschen leichter an. Ich kann das nicht anders vergleichen. Klingt total schön. Mhm. Tief in meinem Inneren hab ich gedacht ... Oh, ich glaub, ich werd nicht so viel spüren. Du wolltest deine eigenen Erwartungen auch tiefer halten, oder? Dass du nachher nicht enttäuscht bist. Genau. Kann ich auch verstehen. Das war so zum Schutz, aber ich muss sagen ... Sorry, Alter. Ey, das ist unfassbar. Ich wollte nur damit sagen, dass alles ... ... richtig war. Also, die Elektroden, Sie sind jetzt weiterhin an und geben immer kontinuierlich Strom ab? Genau. Es geht sozusagen dauerhaft durch. Ja. Wie oft passiert das jetzt mit der Einstellung? Wir treffen uns jetzt täglich, stellen jeden Tag ein bisschen was um. Gucken dann auch mal, wie es sich mit den Zwängen verhält. Was Sie immer machen können mit diesem Gerät ist ausschalten. Ja, das ist sozusagen die wichtigste Info. Aus geht immer. Aber gerade willst du's nicht ausschalten, oder? Naja. Was denkst du jetzt? Ich bin halt einfach nur dankbar. Also ... Mhm. Bin sehr gespannt, wie's weitergeht bei ihr. Und natürlich bleiben wir auch im Kontakt. Wenn ihr interessiert seid an Updates zu Emilys Geschichte, dann lasst doch mal hier unten ein Abo da. Hier oben könnt ihr mich und die Story über meine Zwangssteuerung kennenlernen. Und hier unten könnt ihr meine OP der Tiefenhirnstimulation verfolgen. Und hier geht's zu einem Film von Reporter. Darin trifft Lisa Angelina, bei der ADHS erst im Erwachsenenalter festgestellt wurde. ARD Text im Auftrag von Funk